Fortnite, aber wenn ich aufhöre, mich zu bewegen, endet dieses Video. Gerade beim Loot aufsammeln wird es ein bisschen schwierig, denn wenn ich eine Chest loote, bleibe ich logischerweise stehen. Daher immer nur Floor Loot aufsammeln. Aber ich sehe hier schon eine Waffe und die holen wir uns im Sprint. Leider immer Bewegung, in Bewegung bleiben. Hier durchsprayen. Bam, okay, Bewegung bleiben. Okay, oh mein Gott, ich bin aber jetzt loot. Warte mal, wie heal ich mich? Ich brauche jetzt irgendwie Schubsäfte. Damit könnte ich mich healen. Oh, ich kann hier Chests abbauen. Okay, das ist gut. Oh, ein Spray. Damit kann ich in Bewegung bleiben, oben chielen. Oh, geil. Okay, mal gucken. Oh, das ist über mir. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Ich muss jetzt langsam mal down gehen. Oh, nicht gut. Boah, haben wir ihn. Sehr gut. Oder wir holen uns einfach einen Slurp Truck. Oh, wie herrlich. Oh, hier vor mir. Oh, da ist die Karte sogar. Let's go. Oh, wo ist die Karte? Da ist die Karte. Oh, oh.